Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Starbound. Wir haben in der letzten Folge die Forschungseinrichtungen erkundet und da ein paar Sachen abgebaut und ich habe dann offscreen nochmal die ganzen Strukturen abgebaut und ja, wir können uns auf jeden Fall dann ran machen, endlich unser Haupthaus ein bisschen zu erweitern. So und wir haben für erste auch gerade alles entdeckt von den Apex, was wir entdecken sollten. Das ist schön, dann hat sich das gleich doppelt gelohnt hier an der Stelle. So, dann brauchen wir auch gar nicht mehr mit dem Scangerät hier rumlaufen, ich glaube ansonsten kennen wir ja alles. Wir plündern jetzt noch kurz zu Ende. Hier oben gibt es noch ein paar Kisten. So, zack, zack. So, das haben wir alles. Da ist 6 drin. Ja und dann sind wir auch schon durch im Apex Dorf. Da haben wir dann nur einen kleinen Zwischenstopp gemacht, äh, zum folgenden Ende. Ui, und es geht weiter hier mit dem Schrottplatz. Den nehmen wir mit. Und da unten gucken wir vielleicht auch nochmal rein. Ähm, das Regal hier können wir noch nicht, das war scheinbar mal ein alter Verkaufsladen hier. Ja, der wäre uns fast entwitscht. Aber wer uns angreift, der wäre mit dem Tode bestraft. Und so ging's ihm halt auch. Ähm, ja ich hab noch Capture Pods mit, also diese äh, um Kreaturen einzufangen. Lass uns mal schauen, ob wir hier vielleicht nochmal so Maschinenwesen finden. Würde ich dann vielleicht ganz gerne nochmal versuchen einzufangen. So wir sind einmal durch das heißt wir können uns eigentlich auf dem Rückweg machen zum Schiff beziehungsweise in unser Zuhause. Ich suche jetzt aber gerade noch mal so eine Kreatur. Die gab es nämlich hier. Was denn hier passiert? Haben wir da etwa den Rest auch abgebaut? Nein haben wir nicht. Diese kleinen Außenposten. So ich packe das mal da rein und dann sollten wir es schaffen. Eingefangen. So Filled Capture Pod mit Bobot heißt das Tierchen. Und mit Bobot können wir den jetzt einfach spawnen lassen und der kämpft dann für uns. So hier oben hatte ich noch mal ein paar reingelegt. Ja da haben wir ein bisschen was. Und hier die ganzen Sachen die wir jetzt noch so gefunden haben. Das würde ich ganz gerne nochmal wegschmeißen. Ja wir müssen uns natürlich ein bisschen vorbereiten jetzt. Die Sachen würde ich hier noch gerne reinlegen. Die brauchen wir glaube ich erstmal nicht mitnehmen. So die Wires. Ja den ganzen anderen coolen Stuff hier. Das können wir erstmal mitnehmen. Den können wir hier erstmal lagern. Das habe ich noch mitgenommen. Ein Kanalisationsdeckel. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Den werden wir noch benutzen irgendwann. Wollen wir mal schauen. Campfire können wir zerstören. Candle würde ich hier erstmal kurz ablegen. Talcargo weiß ich gar nicht. Aber das ist hier schon irgendwo drin. Dann gehen wir dann auch erstmal hier rein. Genauso wie das Kabinett. Ne das nehmen wir schon mal mit. Hier ein kaputter Ventilator. Den legen wir auch erstmal da rein. Eine Antenne. Ich weiß nicht ob wir die schon brauchen werden. Ich weiß auch nicht ob wir das hier schon irgendwo drin haben. Ja da war noch Platz zumindest. Die beiden Antennen würde ich schon gerne zusammen irgendwo haben. So wie hier jetzt. Zack zack. Gut und dann nehmen wir erstmal ein paar Sachen mit. Die wir auf jeden Fall verbauen werden. So in den ersten Momenten. Mal gucken was wir hier alles mitnehmen. Fingerprinter. Ja den nehmen wir mal mit. Die nehmen wir mit. Ventilatoren. Können wir noch mitnehmen. Diese Dinger. Ja Alarm. So für den Anfang auf jeden Fall. Da brauchen wir ein bisschen was. Die Sensoren. Ja zwei Lautsprecher vielleicht noch mitnehmen. So und der Rest. Das sind alles so Sachen. Weiß ich noch nicht. Ob wir die jetzt am Anfang schon direkt brauchen werden. Wir können hier nochmal rein schauen. Was wir jetzt am Anfang mitnehmen. Small R Lock Door. Die gibt es auch in groß nochmal. Office Share. Neon Lampe. Die Computer nehmen wir vielleicht nochmal mit. So das sind alles Sachen. So das sind alles Sachen die wir später dann verbauen. Wenn das ganze Konstrukt erstmal steht. Steht da. Okay. Die Bücherregale können wir erstmal mitnehmen. Ähm. Genau das dient nachher der Einrichtung. So wie hier. Sale. Open. So eine Lichter. Vielleicht nochmal mitnehmen. Okay. Ich glaube das reicht erstmal. Beam down. So. Äh. Achso. Ne. Nicht beam down. Wir wollen dann nach Hause. Ähm. Ja. Wir brauchen vielleicht auch mal den Pixelprinter nochmal unten. Den würde ich ja auch nochmal kurz mitnehmen. Falls wir Sachen brauchen. Ähm. Falls wir Sachen brauchen. Die wir gerade nicht da haben. Ähm. Dann können wir die mit dem auf jeden Fall herstellen. So Leute. Da sind wir schon mal. Ist die Frage wo wir das ganze jetzt halt hinbauen. Okay. Ich glaube wir müssen eh ein bisschen umbauen dann. Damit das ganze nicht so auffällt nachher am Ende. Ähm. Ich wollte nochmal kurz was gucken. Hier dieses Secret Store brauchen wir nämlich nochmal. Copper Wire und Dura Stahl. Zwei Copper Wire und ein Dura Stahl. Äh. Okay. Haben wir jetzt gerade nicht hier. Das ist alles oben. ... Hier waren wir jetzt dann da. So. Zwei Copper Wire und ein Dura Stahl. Dura Stahl Erz hätten wir vielleicht auch mitnehmen sollen. Ok, ich stelle mir erstmal die Copper-Wires her, so ein Durastallerz haben wir dann wahrscheinlich unten liegen lassen, lass uns den sonst einfach mitnehmen hier, so dann packen wir den unten nochmal irgendwo hin, da müssen wir jetzt ein bisschen gucken. So, Durastall, wollen wir den Durastallerz, da, so, ich habe zwei Wanders, ne, wo war das, hier unten. So, Secret Door, da haben wir schon eine hergestellt, das ist die Frage, wo wir halt anfangen. Wir können hier natürlich anfangen, bloß da kommt die Mine nachher hinten, deswegen würde ich das da eigentlich nicht gerne machen, hier der Teleporterraum soll eigentlich so bleiben erstmal. Meine Idee wäre jetzt hier halt nochmal runter zu bauen, dass wir das Ganze nochmal vernünftig machen. So, ich sehe gerade, wir müssen ein bisschen was ablegen, sonst kommen wir hier nicht weit. Nehmen wir die Tapete und das Holz erstmal weg. Ähm, noch irgendwas anderes, vielleicht den Spiegel erstmal. So. Dann sieht das schon mal wieder gut aus und die Treppe wollen wir auch noch zu Ende bauen. Allerdings ist hier hinten jetzt, äh, ja, das sieht natürlich alles nicht mehr so schön aus. So, aufpassen, was wir abbauen. So, aber wir können auch einzeln abbauen. So, Matt können wir mal wegschmeißen und mit denen kommen wir jetzt auch nicht mehr soweit. Da müssen wir vielleicht nochmal was herstellen. Aber platzieren wir erstmal die Steinplattform. Wird unser Haus dann vielleicht auch nochmal umbauen, dass das alles ein bisschen moderner wird. Das sieht da gerade noch alles ziemlich alt aus und passt halt nicht zu diesem Setting jetzt. Ähm, für den Anfang hatte das natürlich ausgereicht. So, wo stellen wir denn die Blöcke her? Nur kurz organisieren. Das war ja hier. Couple Stone brauchen wir. Couple Stone Brick. Ich glaube, das reicht schon. Noch oder auch nicht. So, jetzt aber. So, Leute. Und ich würde ganz gerne dann hier eine Secret Door reinbauen. Mal gucken, welche Höhe. Okay. Okay. So, wir werden das eben ein bisschen umbauen müssen. So, und da kommt die rein. Mal sehen, wie der aussieht. Secret Door. Geil, oder? So, jetzt müssen wir hier im Hintergrund halt nur ein bisschen Dreck und sowas lassen. Ich stelle mich gerade ein bisschen doof an. So, wir brauchen auch Licht. Auf jeden Fall. Und ich würde das Ganze dann halt so machen, dass es erstmal nach unten geht. Er baut einfach zu schnell ab. So, legen wir das erstmal da oben wieder rein. So, jetzt mal Platform. So, hereincio. So, wenn wir hier ein bisschen in mir selber achント. So, dann gehen wir einenAb touche. So, da kommen jetzt mal wieder ein bisschen. So, ihr seid ja. So, jetzt kann es ganz eben. So. So, привет. So, ihr seid ja. So, jetzt geht dieser erstmal. So, dass du dein glatt zu sehen. So, ich will halt auf jeden Fall ein bisschen weiter nach unten kommen. So, wir brauchen auch kurz Licht. Okay, das müssen wir irgendwie ablassen. Das ist hier gerade nicht so gut mit dem Wasser. So, ich möchte ein bisschen vom Haus wegkommen, damit man vom Haus aus hier nichts sieht. Und auch hier machen wir dann nochmal mit Erde erstmal dicht. So, können wir dann immer noch abbauen. Wenn wir erstmal so einen Status Quo erreichen. Okay. Okay. So, wir brauchen ein bisschen Licht hier unten, damit wir auch was sehen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das reicht aber noch nicht, da oben sieht man mir auch noch zu viel, da geht es schon wieder runter, kurz rein, Geld holen, und das wollen wir ja auch alles zubauen. Okay, es muss doch noch ein bisschen weiter runter gehen, das reicht so noch nicht. So, und wir kriegen schon wieder Hunger. Das heißt, wir müssen nebenbei auch mal was essen natürlich. Okay. Okay. Na, scheiße, zu hoch abgebaut. Soll da schon abschließen nachher. Jetzt erstmal eine große Höhle. So, hier machen wir auch dicht, dann sieht man das ganze hoffentlich nicht. So, dann werden wir mal ein bisschen Dirt los. So, jetzt sieht der Glötauss da mit dem Rasen dann, wenn man den nicht vorher weg macht. So, Erze nehmen wir hier natürlich mit, wenn wir die finden. So, ich brauche Licht, sonst sehe ich nichts. So, ich glaube das reicht von der Tiefe. Vielleicht erstmal. Ne, das reicht nicht. Das ist total blöd, dass das da schon wieder bergab geht. Wir haben uns so ein bisschen auf so einen Hügel gebaut. Das wäre uns jetzt so ein bisschen zu verhängendes. Okay, dann gucken wir mal, wo wir anfangen, das vielleicht weiter runter zu machen. Ja klar. Ich möchte halt, muss ich halt dazu sagen, jetzt mal, ich möchte gerne hier erstmal ein kleiner Höhlenabschnitt haben. Beziehungsweise ja, doch einen kleinen Höhlenabschnitt, um dann sagen zu können, okay, hier unten kommt dann der große Eingang zu unserem unterirdischen Bunker. So, das war unser Dirt. Haben wir noch was? Wir haben noch was. So, ich hoffe, dann sieht man hier nicht allzu viel von dem Ganzen. Ansonsten gehen wir jetzt hier einfach wieder runter. Wir machen dann hier weiter. Problem gelöst. Ich will eigentlich mal schauen, was wir hier für eine Plattform nehmen. Ähm. Oder Outpost Plattform nehmen. Hmm. Musik So das war es schon mal mit der Da haben wir noch 5 Stück Aber zumindest haben wir hier erstmal So das sollte man dann nicht sehen wenn die Tür nachher zu ist So und es geht weiter nach unten Das machen wir dann mal alles zu Ja das ist noch nicht so interessant jetzt am Anfang Leute es tut mir auch leid aber Ein bisschen Vorbereitung muss das auch haben Und lieber mache ich das zusammen mit euch Als das hier off screen zu machen Deswegen seid mir nicht böse Guck mal wie hoch das hier ist 1, 2, 4, 6, 8 Ach scheißegal Wird schon so gehen Dafür zählt man sich dann eh immer So wir brauchen aber noch so ein paar von den Plattformen Sonst wird das hier nix Zur Outpost Plattform Mal gucken wo man die herstellt Und was die kosten Ich hoffe die sind nicht so teuer Ne eine höher noch Outpost Plattform aus Durastahl Okay Das wir erstmal ein bisschen Durastahl schmelzen Gut das wir da schon mal was gesammelt haben So nochmal Outpost Plattform da sind sie So wir bauen erstmal ein bisschen was Ich glaube 200 sollten erstmal reichen So So So, dann können wir den ganzen Kram hier wieder auffüllen mit Erde. Und dann können wir den ganzen Kram hier wieder auffüllen. Ich würde es dann ab hier einfach mal zu machen. So, dann muss ja auch noch alles vorbereitet werden und gleich mal lang gehen. So, und auch das machen wir erstmal zu. Da geht auch Dirt dann ganz schnell mal weg, wenn man so große Flächen hier zuschüttet. So, dann können wir den Kram hier wieder auffüllen. So, den einzelnen machen wir nochmal zu. Und dann lass uns hier mal die Plattform reinlegen. So, dann können wir hier vielleicht nochmal ein bisschen runter gehen. Ich will halt schon auch, dass es ein bisschen ordentlich aussieht hier. Und ich will okay. Wie ist das? Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da können wir vielleicht noch so eine Art Stützpfeiler nachher machen oder so. Ich würde sagen, von der Tiefe her reicht das eigentlich auch. Dann können wir hier vielleicht mal anfangen. Das sieht nachher nicht so schön aus. Es gibt keinen schönen Abschluss hier. Ich muss uns was anderes einfallen lassen. Vielleicht gehen wir hier einfach einen runter. Dann kriegen wir auch einen schönen Abschluss hin. Dann wird das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer. Dann gucken wir mal wieder. So und wenn wir hier auf der Ebene dann bleiben, dann können wir hier einen Eingang machen. Gut Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ich baue hier die Treppe noch schnell zu Ende und den Rest machen wir dann wieder gemeinsam. Schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Starbound und wir bauen uns dann hier mal ein schönes Versteck und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, liebe Leute. Bis dahin.